Seite 23 Bischof Martin, 8. Kapitel Bischof Martins kritisches Selbstgespräch und Sündenbekenntnis Ganz allein nun wieder auf der Wiese fängt er nach einer Weile mit sich selbst folgenden Monolog zu führen an. Bischof Martin, wo ist er denn jetzt hin, mein Führer? Ein sauberer Führer ist das! Ein sauberer Führer, das! Wenn man ihn am nötigsten brauchte, verschwindet er und ist nun Gott weiß wo. Nur wenn man irgend gefehlt hätte, da ist er im Nu da. Eine Eigenschaft, die ich am allerwenigsten leiden kann. Entweder bei einem bleiben und ihn führen auf solch unsicheren Wegen, wie diese Geisterwästlichen da sind, oder er soll sich packen für ewig von mir. Oh, so er nur dann zu mir kommt, wenn ich schon irgend gesündigt hätte. Oh, solche Narren gäbe es mehrere. Will er mich der Seligkeit zuführen, so bleibe er sichtbar bei mir. Sonst ist seine Führerschaft überhaupt nichts wert. Na warte, du lutherischer Versteckpatron von einem Führer. Du sollst an mir einen Knochen zu nagen bekommen, dass dir alle Geduld vergeht. Was kann mir denn noch mehr geschehen? Luteraner bin ich nach der Lehre Roms vollkommen zur Hölle reif. Vielleicht, ohne dass ich es merke, schon darinnen. Daher lass die schönen Lämmer nur noch einmal zu mir kommen. Ich werde ihnen zwar kein Wolf im Schafskleide sein, aber ein Liebhaber voll Feuer, wie es keinen Zweiten auf der Erde je gegeben hat. Meine Hand werde ich nimmer gegen sie erheben und sie auch aus diesem Buche nicht verlesen, auf dass sie nicht mehr fliehen sollen von mir, auf dass sie nicht mehr fliehen sollen von mir. Ich will mich zwar auch nicht mehr so weit vergessen mit einer oder der anderen, aber von der Handaufhebung und vom Verlesen soll an mir keine Spur zu entdecken sein. Und kommt er dann etwa aus seinem Schlupfwinkel zum Vorscheinen, da soll er sehen, wie ein Bischof von der Erde reden kann, so er es will. Wo etwa nur die lieben Engel so lange bleiben, bis jetzt ist noch keine Spur von ihnen irgendwo zu entdecken. Ich merke aber nun auch an mir, dass ich nun viel mutiger und kecker geworden bin. Daher nur her mit euch, ihr lieben Engel. Ihr sollt an mir nun schon den rechten Mann finden. Keinen Feigling mehr, sondern einen Helden. Und was für eine Helden. Aber noch immer weilen sie irgendwo. Es ist doch schon eine geraume Zeit, seit mein Führer mich verließ. Und noch immer keine Seele irgendwo zu entdecken. Was soll denn das sein? Hat mich etwa gar mein sauberer Führer so hübsch angesetzt für alle ewigen Zeiten? Für alle ewige Zeiten? Die Geschichte riecht hübsch stark danach. Mir kommt schon wieder vor, als wenn so einige Dutzend Jahre verstrichen wären, seit er mich verließ. Es werden gar, es werden etwa gar wieder Millionen herauswachsen. Es ist dies Geisterweltleben schon ein wahres Sauleben. Man steht da wirklich wie ein Ochse am Berge. Alles ist so dunstig, kein rechtes Licht. Alles ist das nicht, als was es sich zeigt. Der Stein, auf dem ich nun schon eine geraume Zeit der Schafe und Lämmer hare, ist sicher auch etwas ganz anderes, als er zu sein scheint. Auch die lieben Engel, Gott weiß, wo und was sie so ganz eigentlich sind. Wahrscheinlich nichts. Dann wären sie etwas, so müssten sie schon da sein. Ja, ja, es ist alles nichts, was da ist. Mein Führer auch. Sonst könnte er doch unmöglich so schnell ins reinste Nichts verschwinden. Am meisten finde ich dieses Leben dem Traumleben ähnlich. Da hat es mir auch oft von allerlei dummen Dingen geträumt, von allerlei Verwandlungen. Was waren sie aber? Nichts als Bilder, ausgeprägt von der fantastischen Einbildungskraft der Seele. Ebenso ist nun auch dieses Leben nichts als ein eitler, leerer, höchstwahrscheinlich ewiger Traum. Bloß diese meiner Erwägungen scheinen wirklich von Gehalt zu sein. Alles andere aber ist nichts als ein elendes Fantasiestück der Seele. Nun warte ich schon sicher bei 200 Jahren hier auf die Lämmer und Schafe, aber es ist keine Spur von ihnen zu entdecken. Was mich aber dennoch wundert, dass in dieser Fantasiewelt dies Buch, diese meine Bauernkleidung, auch diese Gegend samt dem lütherischen Haus und Tempel, so ganz unverändert ihre Gestalt behalten. Diese Geschichte ist allerdings etwas spaßig. Etwas scheint an der Sache doch zu sein. Aber wie viel, das ist eine andere Frage. Oder sollte er etwa doch nicht recht sein, dass ich gleich anfangs nicht gewillt war, seine Lehre fest Folge zu leisten? So er aber ein rechter Führer ist, hätte er mir es denn nicht gleich verweisen können, anstatt sich sogleich mir und dir nichts aus dem Staube zu machen? Hat er denn nicht gesagt, dass ich, so ich noch einmal viele, dann in einen großen Schaden käme, an dem ich im Ernste mehrere hunderte von Erdenjahren werde zu lecken haben? Bin ich denn aber wirklich schon gefallen? Mit dem Gedanken und bloßen Willen freilich wohl. Aber in Werke unmöglich, weil die gewissen Engeln gar nicht zum Vorschein gekommen sind. Vielleicht aber sind diese darum nicht erschienen, weil ich solche Gedanken und solchen Willen hatte. Das könnte sehr leicht sein. Wenn ich aber nur solche Gedanken loswerden könnte, warum mussten sie auch gar so entsetzlich schön und reizend sein? Da habe ich mich einmal ordentlich eingetunkt. Jetzt heißt es denn warten, bis ich meine dummen Gedanken legen werde und der Wille mit ihnen. Das sehe ich aber schon ein nun. Wenn das eine Prüfung meiner Hauptschwäche ist, so wird es mit mir einen ganz verzweifelten Haken haben. Denn in diesen Punkten war ich auf der Welt insgeheim ein Vieh in Optima Forma, in bester Form. Ja, wenn ich da so eine recht üppige Dirne sah, so ging es mir. Tartias. Du sollst schweigen. Wie viele habe ich? Tartias, Derebus, Präteritis. Du sollst schweigen über Dinge, die vergangen sind. Wie viele schöne jungen Nonnen. Oh, das waren selige Zeiten. Aber nun tat sie erst. Wie streng war ich im Beichtstuhl gegen die Beichtkinder. Und wie lau gegen mich. Leider, leider, es war nicht recht. Aber wer außer Gott hat Kraft, der Macht der Natur zu widerstehen? Wenn das saudumme Zölibat nicht wäre und ein Bischof der Mann eines ordentlichen Weibes wäre, wie es meines Wissens Paulus auch ausdrücklich verlangte, da hätte man mit dem Fleische doch sicher einen leichteren Kampf. Aber da lebt so ein Bischof stets wie ein Adam vor der Segnung des Erkenntnisbaumes mit der verführerischen Eva in einem gewissen Paradiese und kann sich an dem da gereichten Apfel nimmer satt fressen. Oh, große Lumperei! Es ist nun einmal so. Wer kann's ändern? Der Schöpfer allein, so er es will. Ohne ihn aber bleibt der Mensch, besonders aus meinem Gelichter, schon allzeit und ewig ein Vieh. Ein Vieh. Und das ein recht abscheulichstes Vieh. Herr, sei mir gnädig und barmherzig. Ich sehe schon, so du an mich nicht deine Hand legen wirst, wird's mit mir schwer weitergehen, denn ich bin ein Vieh. Und mein Führer ein taugt, ein eigensinniger Tropf, vielleicht gar Luthers Geist. Da wird es nicht gehen. Geduld, verlass mich nicht. Schon wieder tausend Jahre auf einem Fleck. Nun verstummte endlich und hart der Schafe und Lämmer.